Ich bin Thorsten Hennig-Thurau, ich bin Professor für Marketing und Medien am Marketing Center der Uni Münster und wissenschaftlicher Leiter des MBA Studiengangs. Ich unterrichte das Modul Digital und General Management, in dem ich gemeinsam mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen aktuelle und bereichsübergreifende Herausforderungen auslote, so zum Beispiel wie man am besten mit der Digitalisierung umgeht, wie man Innovationen erfolgreich managt und welchen Sinn es hat, das eigene Unternehmen als Dienstleister zu begreifen. In meinem Modul lernen Sie nicht nur konkrete Wissensanwendungen und How-to-do-Rezepte, die veralten nämlich ziemlich schnell. Stattdessen geht es auch um Modelle und Bezugsrahmen, die dann noch Gültigkeit haben werden, wenn Instagram und Facebook längst durch neue Plattformen abgelöst sein dürfen. Das berufsbegleitende Studieren bei uns ermöglicht es Ihnen, das Studium mit dem Job und der Familie in Einklang zu bringen und davon haben am Ende dann alle etwas. Weiter im Leben.